Hallo und herzlich willkommen bei Alfons Zeileis. Mein Name ist Johanna Nägelsbach. Ich bin die Großnichte des Malers Alfons Zeileis. Seit Januar 1918 wissen wir es. Alfons Zeileis ist verliebt, verlobt und wird bald heiraten. Wer ist diese Elisabeth Fleischmann? Und was ist das für eine Familie, die er in seinem Brief als so herzlich beschrieben hat? Das erfahrt ihr in diesem Video. 31 Jahre alt ist Alfons Zeileis im Jahr 1918. In diesem Alter ist er endlich im Beruf und in der Lage eine Familie zu ernähren. Elisabeth Fleischmann ist am 22.01.1883 geboren. Sie ist 35 Jahre alt. Damals war es üblich, früh zu heiraten. Frauen, die damals in diesem Alter noch nicht verheiratet waren, wurden etwas despektierlich als alte Jungfer bezeichnet. In diesem Alter noch einen Mann zu finden, war richtig schwierig, zumal der Erste Weltkrieg so vielen Männern das Leben gekostet hatte. Elisabeth Fleischmann war die Tochter des Pfarrers Ernst Fleischmann, der hochgeachteter Pfarrer in verschiedenen pfälzischen Dorfgemeinden war, zuletzt in Erlenbach bei Kandel. Er war bereits 1913 im Alter von 72 Jahren verstorben. Seine Frau Katharina lernte Alfons Zeileis noch kennen. Elisabeth Fleischmann hatte eine vier Jahre ältere Schwester, Johanna Fleischmann. Diese heiratete 1907 den Lehrer Karl Nägelsbach, der vom September 1903 bis März 1908 ebenfalls am Weyerhof tätig war. Von Karl Nägelsbach wird noch die Rede sein. Eine Schwester der Mutter Katharina, der Schwestern Johanna und Elisabeth Fleischmann, war Tante Elise Fleischmann. Wenn ihr euch fragt, warum sie Fleischmann hieß, sie hatte einen Bruder des Mannes ihrer Schwester geheiratet. Tante Elise lebte in Marrenheim und vermietete einen Lehrer des Weyerhofs. Auf diesem Bild sieht man Herrn Goethe, der Lehrer am Weyerhof war, Tante Elise und Onkel Adolf Fleischmann, den Mann von Tante Elise. Elisabeths Schwester Johanna hatte im Jahr 1918 bereits eine zehnjährige Tochter, die kleine Elisabeth, die, um Verwechslungen zu vermeiden, Liesel genannt wurde. Von Liesel wird noch viel die Rede sein. Sie war die Chronistin der Familie. Noch nie habe ich so akkurat und umfangreich beschriftete Fotoalben in irgendeiner Familie gesehen. Hier verdanke ich viele Fotos. Ihre Beschreibungen haben mir bei der Zuordnung der umfangreichen Fotosammlung der Familie sehr geholfen. Liesel ist nicht nur deswegen interessant. Sie war eine ungeheuer spannende, selbstständige Frau, die in den 1930er Jahren nach China ausgewandert ist und perfekt viele Sprachen beherrschte. Sie hatte sehr engen Kontakt zur Familie Zeileis, war bei vielen Familienunternehmungen dabei und ist auf zahlreichen Bildern von Alfons Zeileis zu sehen. Ihr verdanken wir diese Bilder von Tante Elise in Marrenheim aus dem Jahr 1912 beim Hühnerfüttern. Ein Job, der auch von der kleinen Liesel übernommen wurde, die auch Hund Prinz sehr liebte. Liesel schreibt, dass Onkel Alfons viele ihrer Bilder fotografiert hat. Ab diesem Zeitpunkt liegen also Fotografien von Alfons Zeileis vor. In Tante Elises Gartenhaus verbrachte Liesel viele selige Ferienzeiten. Auch die Eltern Karl und Johanna Nägelsbach waren öfters dort. Es ist wohl davon auszugehen, dass auch Elisabeth Fleischmann Tante Elise öfters besucht hat. Marrenheim hatte 2011 1.641 Einwohner. Circa 100 Jahre vorher lag die Einwohnerzahl vermutlich deutlich unter 1000 Einwohnern. Mit den guten Verbindungen der Familien Fleischmann und Nägelsbach zum Weyerhof ist wohl davon auszugehen, dass auch Alfons Zeileis die Gelegenheit hatte, Tante Elise kennenzulernen und dort auch Johanna und Karl Nägelsbach sowie Elisabeth Fleischmann zu treffen. Dieses Bild ist laut Angaben von Liesel vermutlich vor der Hochzeit entstanden. Links sitzt Elisabeth, in der Mitte Luise Weidner, eine Freundin der Familie und rechts Elisabeth Mutter. Am 31.07.1918 läuten in Marrenheim die Hochzeitsglocken. Der Katholik Alfons Zeileis, Lehrer der Realanstalt am Donnersberg, heiratet die evangelische Pfarrerstochter Elisabeth Fleischmann. Sind das nicht ungeheuer glückliche Bilder? Mancher von euch wird nun fragen, ob diese interkonfessionelle Heirat damals nicht ein Problem war. Ihr erinnert euch? Wir sind in der Pfalz, dem Landstrich des Deutschen Reichs, in dem es die meisten Simultankirchen gab, die sowohl von evangelischen als auch von katholischen Gemeinden genutzt wurden. Wenn es in diesem Landstrich keine Toleranz gibt, gibt es sie nirgendwo. Von mehreren Seiten wurde mir bestätigt, dass in diesem Teil der Pfalz eine interkonfessionelle Heirat zwischen Menschen katholischen und evangelischen Glaubens keinerlei Problem darstellte. Selbst bei den Kindern blieb man pragmatisch. Üblicherweise wurden die Buben katholisch und die Mädchen evangelisch. Vielen Dank, dass ihr Alfons Zeileis an einem der glücklichsten Tage seines Lebens begleitet habt. Mit Elisabeth Fleischmann hat Alfons Zeileis nicht nur die Fleischmann-Familie, sondern auch die Familie Nägelsbach, von der ihr die kleine Liesel bereits kennengelernt habt, mit geheiratet. Im nächsten Beitrag werde ich euch die Familie Nägelsbach, die mit der Familie Zeileis ihr Leben lang eng verbunden sein wird, vorstellen. Ich freue mich aufs Wiedersehen.